ARD Text im Auftrag von Funk Servus Leute, hier ist... na... Servus... Hahahaha Servus Youtube und Freunde des Gefliegengaming hier ist euer Wolfsrudel und somit willkommen bei Farquay 3 Koop und das ist jetzt die dritte Mission, die wir aufnehmen aber nicht die dritte der Rangliste von Koop das ist glaube ich dann die vierte, oder? Ja... Okay So Da sieht man wieder die Anfangssequenz also ich habe die Mission noch nicht... ich kenne die noch nicht von dem her Bin ich gespannt Den Fotzen habt ihr es aber gegeben, nicht schlecht Geil auf Das finde ich geil, es gibt hier keine Zensierung oder so Wie war es auch im Singleplayer? Was sagt er, da fick dich oder so? Das ist ja noch harmlos Ich will dir nochmal anmerken, ne? Fotze heißt bei uns in Bayern nicht Geschlechtshalter Frau Wurz Fotze heißt hier aufs Maul Nächster Fotzen will sein aufs Maul Benny, du schnipperst ja Wahnsinn Ey, was ich nicht verstehe Die Vector gibt's nur im Multiplayer, oder? Mh mh, hab ich doch gerade Ja, oder im Coop, aber im Singleplayer nicht, oder schon? Auch auch Hä, aber wieso sehe ich die da nicht, dass es die gibt? Hör mal zu, es gibt ja bei den MPs Die Vector zählte zu den MPs, ne? Ja, ja Ja, da gibt's ja nur die A2000, die Scrapien Nein, nicht die Scrapien Die A2000, die MP5 und noch was? Was sind das für Gegner? Gelbe Chinesen Schwarz-Gelbe Koalition Also Schwarz-Gelbe Koalition Ey, Lightweight, Lightweight Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Okay, nix Hallo Oh, die haben ja, was haben die M4? Oder Kommando, besser gesagt Ey, die sind ja geil drauf Das ist schon besser Na, die M4 stimmt, aber die M4 muss es ja auch geben und so Na, ich finde es halt komisch, weil wenn du die Waffen kaufen willst Die stehen halt nicht da dann zum Kaufen Achso, vielleicht als die noch nicht freigeschaltet wurden Ja Achso, das ist ja voll geil, dann gibt's ja noch weitere Waffen Dann freu ich mich ja richtig Ich dachte, das wär's schon Es waren zwar auch viele Waffen, aber noch mehr ist immer gut Oh, die Vector Mhh, lecker Mhh Oh, ich sterbe noch hier, ich sterbe noch Oh, nein Ich baue noch In der Tat Mh, lecker Mh, lecker Messe dich jetzt einfach ist mir egal und mein Freund dein Freund kommt, mein Freund, mein Freund, mein Freund hat aber dich getötet ja, hat schon eine gute, äh, hier ne, hier so, ich brauche Muni ich auch Kampfschrei toll, 19 Schuss, schon nicht sehr viel da ist einer ja, lol, der hat einfach nur vorbeigemessert hast du's gesehen der hat einfach nur vorbeigemessert was müssen wir hier eigentlich machen, also das Hauptziel aufpassen, dass einer mit dem RPG auf dem Dach müssen da ein Dach drum, drum muss ich da der Geier ah, Wallhack, Wallhack los, hast du jetzt auch mal bekommen, ne ne, stand nicht da, wo auf jeden Fall durch die Wand ich hab'n nicht gesehen oh, fast die geben halt nicht viel aus hm Elben wo kommen die anderen Mixer jetzt her sie ist ein Freundchen und gib endlich auf du gehörst mir sie sind da jetzt Gegner oder nicht ne so, und jetzt hey da oben ist noch einer den messer ich den messer ich jetzt hey, da ist gar keiner hä wo ist denn der hin? der ist tot ah, der hat nen Heck der kann sich der hat nen Heck der kann sich der hat nen Heck komm der portet sich der portet sich rum wie ein Portal 2 wie ein Portal 2 ah, die Negerin darf wieder alles machen ja, ich darf wieder arbeiten ja, klar schwarzarbeiter hahaha der war gut, ne ja, dabei könnte das Wort einen ganz anderen Sinn ja, alles gut schwarzarbeiter ist nicht verkehrt weil alles Geld dann dir gehört hä, wieso ich komm nicht rauf ich bin zu schlecht hab keine Skills ja, warte doch mal hier, hm wie wärs damit hallo, jetzt stecke ich hier fest sag mal hallo selbst ein schwarzes Lampen ist schneller als du warte, man konnte dir nicht warten, sei nicht schlecht stopp halt stopp halt stopp jetzt rede ich nur ich ja, ich sniper wieder bei mir stehen zwei Gollums ne eine aber jetzt ist wieder jetzt sind sie wieder zur vierten jetzt ist die eine wieder weg Level 22 ist die Doppelkombo ja die Doppelkombo und ihr seid 26, 27, 28, ne 27, 28, ne für den ungefragten Ratschlag ok erreiche den Bunker also, was ich geil finden würde wenn man die, wenn man die Story zocken könnte also auf der Freiburgiebahn mit auf der das wäre geil das wäre so funny so ist alleine schon schade und es gibt, glaube ich, gibt es eigentlich irgendwann mal so Freunde, die dir helfen im Teil der Story wisst ihr das die rackiert ach so, ok ja ok, ja gut die kämen wir mal, wenn du einen Außenpost leignen musst oder so, ne aber so direkt er dann mit dir eine Mission macht oder so oder so wie in, wie in VK2 wenn du einen das ist oder so hau 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 muss sagen, ist noch etwas Neues, die andere Gegner hat, das finde ich auch ganz einfangsreich Aaaa naa stirb jetzt mann ich, ich hab keinen Bock mehr, das war der fünfte Schuss daneben, der fünfte ich brauch Muni, auch da drin ich, ich pack's nicht, ich pack's echt nicht ich bin zu schlecht, ich kann die Gegner nicht killen mach dich mal nützlich und hol den Aufzug jetzt hau es tut mir leid, Freunde da spritzen, wer will Drogen ich, ich, ich ich, ich nein nein ich ach, hast du drinne hau 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 und ich hab nochmal Drogen hau hau oh man, scheinbar wenn ich komm gleich zu dir oh stopp gleich ab hau jetzt hab ich zwei ich will drei, ich will drei Leute, hau hau ja, ist gut ey, jetzt kann ich euch was geben, Benni, komm her wir hier wir können hier rumstehen, bis wir alt werden oder es holt jemand den Aufzug lol, er macht doch gar nix jetzt erst hier Spritzen, hier sind spritzen equals hau oh geläber weg wegwegwegwegweg zero jetzt hab ich vier yeah, ich hab noch welche hau OK, j руки das mal an, jetzt hab ich vier hac aliог Leidwolf hat vier Drogen, was ist das denn für ein Sucht? Wartet, jetzt nochmal! 14 oder 5 oder was? Na gut, mein Kampfschreiber ist auch noch dabei. Wird ersetzt. Und? Jetzt bin ich ja quasi für fast und sterblich, oder? Hey, bleibt hier, Mensch. Das wird so gefährlich hier draußen. Leidwolf. Nein, ich sterb nicht. Der Wolf bringt mich nicht um. Die Wölfe sind meine Freunde, ja. Ich bin dir leid worden. Jetzt, weißt du was? Ich schmeckle dich jetzt einfach. Es wird doch nicht, das brennt keine Kugel gegen dir. Du Würstchen. Oh, das ist explodiert, das fassendlich, aber ist auf mich draufgefallen. Ich glaube, ich blute aus dem Mund. Ich hab schon ganz anderes. Den fass völlig leer! Was müssen wir da jetzt eigentlich machen? Halt, ach so, halte das gewünscht, dass der Aufzug da ist. Ja. Wir brauchen nur einen Aufzug. Ich brauch Hilfe. Halt her! Halt her! Halt her! Halt her! Passt auf, ne? Das ist echt schwer hier. Halt her! Halt her! Da können sie uns nicht von allen Seiten beschießen. Ja, ist klar. Hier, ins Treppenhaus einfach stecken. Da können sie nur von vorne. Pass wohin? Ins Treppenhaus. Ja, ich muss, ich muss erstmal hier rein, sonst sterb ich. In die Eier. Sonst sterb ich zum Schluss. Ich hab nur noch eins, schade alles. Komm doch hier hoch, Mensch! Geh einfach ins Treppenhaus. Hier! Ach, hier! Blinde Nuss. Da hin, siehst du den noch ein? Dahin kommen sie! In your. Hallo! Das war der jetzt auch weg. Da kommt der noch hoch. Ey, ihr habt den Messertypen fast übersehen. Ich nenne den Sniper da hinten. Ich nenne den Sniper da hinten. Ihr habt schon wieder fast mehr so Typen übersehen. Was wir? Na, ich habe da nicht auf den gezielt. Ich war mit dem Sniper beschäftigt. Ja, ich mache meine Arbeit. Ah! Soffen wir haben unsere Arbeit, das ist alles. Na super. Na, da hinten. Ja, jetzt sind schon zwei. Warte, den höre ich mich. Du bist schrein. Ja, was, du bist schwein? Ah, der hat uns besser vollzieht. Das hat gar nichts gemacht. Er stand zwischen uns, hat nichts gemacht. Ja, ist der lieb. Ja, dann muss man auch mal die Seiten wegziehen, ne? Nicht. Wir müssen jetzt der Sniper ach da ist. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich check's nicht, wo das Sniper ist. Ich sehe den nicht von da. Einfach aufs Licht auch. Ich freue den jetzt nicht. Da ist noch einer. Ich heimlich mal. Ich sterb' ich zu früh. Ich denke, das ist irgendwann für Fakul 3 auch Mots geben wird, Grafikmots und sowas. Natürlich. Natürlich. Das ist wie bei... Crysis gut. Crysis ist jetzt... Gab's nicht so viele. Es gab zwei oder so. Den X-Thing Graphics Mod, den habe ich jetzt auch seit kurzem. Hm, Crysis gibt verdammt viele. Ne, ja, Crysis 1 aber nicht Crysis Void. Crysis Void. Crysis Void. Crysis Void. Crysis Void. Das ist fast keine. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Äh, die Crysis Mods, die funktionieren bei Crysis Void eigentlich meist auch. Äh, so ja, aber direkt für... Für... Woher haben sie weniger gemacht? Ja, vielleicht aus dem Grund, weil für... Wartet am Aufzug. Ja, warte. Hop, hop. Gerade noch so. Na, weg das hier glaube ich nicht passend, oder? Okay. Doch. Was noch gar keine Wektor. Ja, ich... Ja, ich meinte eigentlich Sniper. Ich habe mich jetzt versprochen. Offe. Ja. Gebe ich zu. Gibt es sicher auch ein Büro oder so. Sterbt alle. Oh, iiih, was ist hier los? Multikill habe ich gemacht. Woho. 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 Ich brauche Hilfe, ich bin tot. Na ja, da kommen sie schon zu zweit. Die Kavallerie. Na, Kavallerie. Pferde. Ja, ihr habt ja Pferde, oder? Hm, nicht so ganz klar. Ja, ein halbes PS habt ihr schon. Hä, was jetzt? Müssen wir runter? Haha, ja. Haha, ja. Haha, ja. Haha, ja. Er redet mir die ganze Seite. Haha. Oh, die Negri darf die Tür aufmachen, danke. Okay. Wenn du mir jetzt noch die, wenn du mir jetzt noch die Schuhe putzt kriegst, Neuro. Haha. Ja, belassen wir's bei ne Breze. Machen wir so. Aber kein Aufstrich, ja? Haha. Ne, ne Brot. Da ist wieder ne Schwuchtel. Haha. Hey, ist Muni. Wo? Hier hinten. Ich hab noch nichts. Na, ich nicht. Na doch. Hä? Hä? Ne, 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 ich hab nicht genug. Ne, doch. Oh, oh. Oh, oh. Juggernaut. Inga. Inga. Der Verbrenner. Ey, da war das von hinten. Ja, da war das von hinten. Was, ich bin auch tot. Nein, Jojo. Was? Ich bin auch tot. Was, ich tot? Da ist noch einer, einer ist da, einer ist da. Zwei. 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 Okay. Mäbe ich, zeh ich es auf. Es sind unendlich vier Oh, irgendwie zu schien. Aber nicht mehr lange. Nein! Hilf mir. Super. Die werden da aus. Weg durch die Perfekt. wird hier und vor allem es ist ja ich nehme es einfach die die empfiegel jr 2000 100 auch 2000 ja auch sehr gut wir haben egal dass auch zweiter es ist nicht verarschen fast wieder gestorben und jetzt bin ich nicht ist gestorben ja jetzt schon sie sind übelst gut jetzt reicht die schwarz-gelbe kollektion wenn ich in der Karte auf meiner Arschkante ja ein Video hallo jetzt werden ich wollte das hallo um eine Mutter aufs Land hallo nicht weitergehen das wurde springen ich habe ein Granatwerfer Geil. Spreng ihn. Ich spreng Benny. Ich werde die ganze Zeit nur... Ja. Schlechte Nachrichten. Wieso? Muss meine Mutter jetzt wieder abholen. Jetzt sofort. Ja. Ja. Wissen wir. Ja, die hat eine kleine Sportfeier gehabt. Irgendwie. So. Belsitz besuchen. Na ja. Nach dem Baustück noch nicht. So. Ja, das kann gar nicht mal schnell gehen. Das weißt du gar nicht. So das bei Frauen. Ja, das stimmt. Na ja, auch das Leben. So, Brot und Aufstrich. Hm, 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 hm. Was ist das? Guck euch das jetzt mal an hier. Wie die... Boah. Wie die decken. Bashing. Bashing. Oh, da hinten. Hä, die kommen von hinten. Und... Gesichter. Hä? Aus dem Jensei. Hä? Helft mir! Na, ich bin tot. Deine Mutti. Deine Mutti. Ja, hat man nicht. Ich will nochmal. Lauft weiter. Okay. Super. Na super. Stone shit. Jo. Ach, so ne Kacke. Ich geh schon wieder vollkommen ausrasten. Alles null. Ja, das ist wohl. Wir haben so Rony Familie. Was Rony Familie. Hm. Halbic. Ein Ding ist bestimmt gleich wie ich wette. Die haben wir alle, wir haben ja alle controller. ohne an den Bauten nicht drohen ja ich sag doch die mal den Wurt es heftig einem solltest du helfen joh-joh willst du rein machen Die will nicht helfen, wir verrecken noch. Und außen rum. Ja warum nicht? Das war knapp. Ich hole mir den Benni. Aber da ist ja noch einer, Hilfe! Ich sterbe jetzt. Nein, ich hilf dir. Ich hab's nicht mehr geschafft. Spurzeln. Na ja, eigentlich nicht, weil... Wenn der Tod ist, na ja egal. Na ja, aber wir sind jetzt die ganze Zeit zu zweit, oder? Kommen dann auch weniger Gegner? Erst wenn der Checkpoint kommt, ist er wieder da. Super. Drogen. Ja. Ja. Ja, warte. Rein damit. Ja, so muss das sein. Kann ich auch welche nehmen? Darf ich? Nein, darf ich nicht. Doch, darf ich. Dann kann ich dir auch welche geben. Na eh. Hallo. A5. Da wirst du mit Sicherheit nur eine Kleinigkeit. Also ich bin dann erstmal weg, ne? Okay, dann warte ich. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt sind wir noch zu zweit. Wir werden das Kind schon schaukeln. Oder auch nicht. Jetzt musst du dich jetzt selber aufmachen. Jetzt hast du keinen. Ja. Würde wir den Mega ausgehen. Ja. Das wird auch wichtig sein. Ja. Das wird auch wichtig sein. Ah scheiße. Ruhig. Wir rufen dich gleich weg. Da kommt ein großer. Brennen. Immer nieder brennen die Großen. Okay. Mit äh. Ich hab keinen Molotow dabei, aber. Aber ey. Ja. Zurückziehen durch die Tür. Okay. Muni holen. Ich kann den da noch ein bisschen abballern. Warte noch. Bleib hier. Ich wirf den Molotow. Nicht im Weg stehen. Zurückgehen, damit ich gleich weg kann. Der pfeilt wieder nicht. Ha. Idiot. Ah. Ich hab ihn nicht getroffen. Oh. Frennt er schon? Hm. Aber du. Sucht euch Deckung. clis hat mal ein Molotow. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Ääh. 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 Hääh. Sag mal wieviel kommen da eigentlich. Du kennst ja die Mission schon. Ich nicht. Hab dich. Ficka die Gäste nicht verhaftet sich das ist sie so geil die Zeit zu gehen soll es sagen nur die Erde Aussprache hochziehen hätten wir Moni die gibt es zum ersten und wieder muss er die Tür aufmachen alleine nicht wie viel Molotovs hast du ich hab 4 zu wenig wenn doch mal so ein Sparco kommt so ein Nooktyper dann sieht es schwarz aus das ist wie das Gegner Sniper und ich hab keine Sniper dabei er ist tot da kommt noch einer ja der ist tot ja ich triff den von dir nicht soll ich rüber gehen ein Sniper runter mit den Köpfen wo kann man da überhaupt hoch gehen ja nirgendwo sein ach so es ist das ist eine Seilrutsche das sehe ich wieder nicht das sind die taktische überlegen das ist eh nicht alles mein ein großer ich wirf den Molotov erst ablenken er ist tot was dort hilf mir ich brauch Money ja wo gibts die da drin hoffentlich ja perfekt noch eine Tür so wirklich genial wie sie hier den Korb gemacht haben also nicht billig oder so du bist unten lang ok ok wieder einer hin ich ich sehe da keine mehr ich glaube ich nein da ist keiner jetzt mach ich sie mal auf da dauert sie müssen noch hier wohl zu Ende brennt schon die netz hat das einzige was die tür öffnet ist die winde starten wir den motor mit jetzt wird's schwer super das hätte ich gern hoffentlich kein großer doch erst wenn das tor offen ist das muss man nie holen da ist er das auch scheiße die tür ist links und rechts kommen die jetzt raus bei den türen ne da oben kann ich das aus das blech schießen oder was ist ja heftig jetzt wird's unlogisch einer lebt noch jetzt ist es nicht mehr kriegen kann gar nicht bewegen hoher jetzt kommt ein großer er ist die tür offen ist ach so lass ihn zu dem munitionslager laufen er ist weg und raus da kommt noch einer ich glaube es ist ein messer futschi oder sowas auch aber auch ich könnte doch noch länger dauern ich bin mir nicht sicher naja egal ich sehe zwar nichts mehr aber egal ach jetzt gibt's ein granatenduell da müssen wir nur granaten schmeißen ok genau wie mit dem sniper und so ok also was einfaches mal zu abwechseln und dann immer wieder man kann 3 aufnehmen und dann muss man immer wieder neue holen aha lustig so jetzt einfach werfen und noch null Punkte ich auch ich auch na hoffentlich mach ich komm 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 da ist eigentlich lustige sache das einfach ist zu abwechseln das dach ist ja aber jetzt leben da noch welche na das war's ok und jetzt geht es wo runter ach so ich bin jetzt auf der anderen seite ja warten wir noch auf ach nee gehen nicht wir können ja nicht warten so jetzt habe ich mal meine hier ist so na meine waffe stg 90 hey da ist ja ein radarturm punkt und bleibt jetzt kommt keine mehr und jetzt wird schwer das ist das Ende aber hier wird schwer wo soll ich nicht hinpflanzen? hier? ja erstmal bleiben ja wir müssen wird super ich darf es gleich machen erstmal in Deckung bleiben ja die sind tot jetzt müssen wir auch mit der Bombe den Funkturm da sprengen wer nimmt ja ich nehme da drin ist auch Moni wie man sieht insgesamt müssen wir jetzt drei Bomben platzieren aber alle müssen wir erstmal springen so nach der Reihe dann da ist ein weiter Weg ok und der geht auch noch extra langsam ja das ist ein bisschen scheiße bleib mal unten an der Treppe wir spawnen jetzt gleich richtig viel Mensch jetzt spring du scheiß Affe soll ich es nicht schnell hinlegen? ne ne da drüben ist noch einer da drüben ist noch einer na komm weg hier stehen bleiben sonst kommt gleich neue Gegner das gefällt mir nicht bleibt in Deckung wartet bis sie weg sind lass sie uns ausreichern statt hier noch wir sind Sniper wir benutzen den Aufzug ach hinter uns oh fuck Hilfe hinter dir ah der ist tot hin muss nicht aber dann machen aufzumachen aufzumachen wir müssen die Lift zu öffnen ruhig bleiben da ist ein Sniper stehen bleiben da ist irgendwo ein Sniper da hinten hab ihn jetzt erstmal die Bombe da platzieren oh oh Sniper tot genau als müsst ihr den Aufzug erst mal aufmachen gut ich komm gleich es wird so so muss erst mal die Tür aufmachen ja dauert das jetzt Sniper fuck 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 Sniper los Mann röchern wir die Bastard aus in den Aufzug hinein ah der ist ja einer komm raus da da hast du die Bombe gelegt ja der ist aber so ein scheiß Tucker komm her zu mir ich schieße ihm ins Knie komm her hier rüber zu mir zu mir der ist hinter dir da ist der Sniper da ist der Sniper da ist der Sniper das war knapp erst mal da rein und Muni holen jetzt habe ich jetzt habe ich Hilfe 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 Sniper Scheiße es gibt es ja nicht das ist jetzt ganz von vorne oder der Weg scheint frei ah super erst warten warten ich schieße ihm die Dinger weg die brauchen wir für den Großen um dieses scheiß später was will die mich sterben sowas darfst du nie machen wenn nur noch einer am Leben ist du bist nicht cool jetzt können wir laufen oder Bomben holen und dann da hinbringen wieder er war so nix da da bist du da oben also bis zur Treppe kommen wir keine Mensch jetzt mach ich ne Scheiße da kommt ja einer die Probe war ich die da unten das kann es nicht gehen wunderbar der ist weg jetzt hinbringen schnell schnell geht Scheiße da ist einer Scheiße da oben kommt Jetzt bleib hier Sniper kommt gleich irgendwo hier Ich geh hier in die Ecke In der Pfanne kommt sie Na wo ist das? Na wo ist das? Am besten wäre es vielleicht wenn sich einer um den Achter um mit davon ist es Neiper und da müsste auch einer kommen Wir kommen mit verschiedenen Warte Ich mach das Tor auf erstmal Ok Ja da kommt dann eh der Ding raus Das ist vielleicht besser Ja Vorher wusste ich das ja nicht dass der noch rauskommt Ne ich wusste auch nicht mehr Das ist der Sniper Der Große kommt Soll ich zu dir kommen? Ja Vielleicht gut Schnapp dir ne Bombe und leg sie in den scheiß Aufzug Hey der ist gar nicht drin So Komm her Komm her Weil ich hab doch einen Brandfall der wird besser oder? Ja 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 Sehr gut So War's das jetzt oder? Erstmal die Bombe rein Ne da komm Ja ich mein mit der Helle Ja ich mein mit der Helle Wir sind schon wieder neue da Ok Ich halt hier ein bisschen Ist platziert Gut raus da Runterschicken müssen wir denn noch Naja Ich mach schon Gut Sniper Ja Seh ich Schau Ah Moni unbedingt Bunker Wo ist der Bunker? Ach Oh Flammenwerfer Noob Ihh Sehr schön sehr schön rein da erst mal Muni holen, dann rein da ach die ist ja da, die Bombe wieder nach dem wars das dann, oder wie? mhm also super na gott sei dank gibt ja vier Schwierigkeitsstufen dann, oder? wir müssen jetzt raus rennen haus zurück hier, raus schnell jetzt zerschlag ich ein Sklavending sehr schön Explosion das reißt es bestimmt weg ja Alarm für Kobre 11 das sagt mir, dass wir die scheiß Karte noch haben ja das sagt Eilers Alarm für Kobre 11 ja haben sie sich abgeschaut na wunderbar boah das geht echt an die Substanz ja ja jetzt Level oh Level 28 23 wieder Decoder ich hab jetzt schon sechs USB-Sticks oder so die wisst ihr ja nie weiter die meiste Spezialkills beide Null lustig, okay naja gut Leute das war der der nächste Part bis zur Hälfte hin mit dem Benni dann musste er leider weg und ja dann haben wir es zu zweit auch noch geschafft ich hoffe euch hat es einigermaßen gefallen viel Action auf jeden Fall in den Korb-Missionen ja dann bis zur nächsten Mission, ne? tschüss Leute tschau